Und das Erste, was wir bis jetzt gelernt haben, ist, wenn Leute uns beleidigen, ist es ja vielleicht gar nicht so schlimm, weil es ist ja nur eine Interpretter. Das ist irgendeine Meinung. Es ist ein Gedanken. Pups. Was ist es, ein Gedanken? Mach mal das Geräusch mit, komm, ich will mal ein Fruchtgeräusch hier im Klassenraum haben. Es ist ein Gedanken. Nochmal, es ist ein Gedanken. Und wir haben gelernt, wenn jemand neben dir pupsst, atme es nicht noch ein. Geh halt einfach weg.